Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Cysteria. Ja, ich habe noch gesucht und geguckt und habe in den letzten Folgen abgeglichen, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, die Tür hinter uns, die haben wir uns noch nicht angeguckt. Ja, ihr seht, ich habe zwangsläufig noch ein bisschen grinden müssen, aber immerhin. Level 32, Rose jetzt Level 31. Es wird langsam. Ich bin jetzt hier noch nicht reingegangen. Drückt die Daumen, dass es die richtige Tür ist. Ja! Eine kleine grüne Tafel. Sehr gut. Direkt mal zwischenspeichern. So wie, das heißt, wir können jetzt da in die Mitte zurück. Und schauen, dass wir da, oder ob wir da die Kardinalin finden. Ich bin gespannt. Direkt mal zwischendigant. Jetzt ist mir da. Ich bin jetzt da. Trainer. Dieser Ich bin ab und schauzen, auch in die Nivea. Ich bin ab und schauzen. Ich bin ab und schauzen. Lala ist immer so süß gefasst in den Kämpfen. Äh, ja, hier sind wir richtig. Und hier auch noch durch. Äh, ja, hier sind wir richtig. Das muss man grad sagen. Alter, das ging ja grad wieder ab. Meine Güte. Und hat sie immer wieder recht, unsere gutste. Reicht. Wir sollen den Kämpfen halt wirklich nicht aus dem Weg gehen. Ja. 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 So. Gut. Und jetzt speichern wir hier ab. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wir kommen gut durch bislang. Trotzdem nutze ich mal gerade was, um mich zu hauen. Sorektur, fear my wings, wind blit, dragon blit, fearless shards, violent projection, violent projection, lord of water, fear my wings, elixir my head, strike, here goes, come forth, here goes, not this time, here goes, fearless shards, Come, wir schaffen wir. Kann man ein bisschen aufbauen? Darkstar, worthless, go, dragon blit, fearless shards, not this time, here goes, fear my wings, worthless, violent, go, here goes, mow him down, wind blit, red, mow him down, worthless, healing powers, violent projects, dragon blit, fearless shards, wind blit, fearless shards, A. Oh? Resilient aid, strike! Here comes! Fearless Sharks! Fight the malevolence! Not this time! Drive and lift the air in my way! Work! Not this time! Strike the malevolence! Come! Resilient aid! Vanish! Stratashield! I'll be ready! WET OFF! Heh heh SHEPHARD! This is not... Malevolence! I have given myself completely... To my country... And to my people! What the... I am not... Corrupted... By any malevolence! We can't purify her? Lila! Try again! Okay! I have a duty... To guide the people! I must... I must see it through! No! She's got too much malevolence! We have to stop it somehow! We can't! Unless the Cardinal is willing to change her way of thinking! Not gonna happen! So Rey... If a heart set on justice starts generating malevolence, how do you think it should be stopped? Well... That's what her angle is! She thinks her own personal justice and a universal sense of justice are one and the same! We'll have to kill her... Kill me? Oh really? Tell me... If I were to die... Who would be left to lead the country? What do the young Emperor and the knights understand about politics? If the Shepard saves their souls... Will that stop them from starving? My... My duties! My responsibilities! Justice shall prevail! I shall be their savior! I shall be their guide! Her spirit is shattered... She'll never be human again... Her malevolence was increased by animosity... Towards us... Wait! Wait! It's the only answer I can find... Sorry... May these weary bones find peaceful rest... Why? I... I do recognize your determination... But even so... You shouldn't have to kill anyone... But... Rose... Remember... Your job is to give life... Mine is to take it... Got that? Rose... Now then... Let's leave the cleanup here to Sergei and the others... It's their job from here on out! I had always thought of Rose as tough in palace... But I see now that's not quite right... Just the opposite... Don't let her see you frowning like that... You don't want Rose's feelings to go to waste, do you? I don't... But I just... I feel so bummed... Yeah... We all do... Man kann wohl nicht jedem helfen, huh? We all do... We have to return... We had some really good experience... I have to wait... So... Lila, ist es ein Weg, um... Well, ich... Sarei, du bist Lila schützt. Entschuldigung. Nein, bitte nicht. Wenn nur ich stärker wäre. Nicht so arrogan. Ist es dein Recht, sagen Sie, wer ist und wer ist? Ich glaube, ich sollte nicht nachdenken. Geben deine Sympathie. Ja, Boris hat erinnert, was er brauchte, von seinem eigenen Wettbewerb. Wir sollten auch unser Bestes machen. Ja, wir werden einfach weiter tun, was wir können. Genau, bleibt stark. Das ist alles, was ihr jetzt tun könnt und was ihr vor allen Dingen auch tun müsst. Damit das hier alles irgendwie noch ein gutes Ende nimmt. Lila. So what? It doesn't matter now. It does matter. It was a Hellion not even as strong as the Five Lords, and still we couldn't manage to purify it. Meaning we don't stand a chance against old Kittybeard. Haldolf, huh? We still have a ways to go before we can face him. Glad you understand. Now you need to get it together. The real fight is about to begin. There are still three trial shrines left to go. Right. Can't afford to mope around. So it wasn't Mautelis. And it wasn't her. But I can feel a presence nearby. She's still somewhere in Rollins. Okay. Hängt es damit zusammen, dass wir jetzt letztens in dieser Höhle den Herrscher des Unheils getroffen haben? Let's get started. Die beiden hätten wir. Scheint, als ob wir doch einige stärker geworden wären. Das ist gut. Das gibt uns natürlich auch alle schöne Erfahrungspunkte. Sehr fein, sehr fein. Okay. Hier rechts. Dann gleich wieder links nach einem kleinen Kämpfchen. Ich habe schon wieder keine Angriffspower mehr. So, der wäre auch platt. Ich will definitiv in dieser Folge hier noch raus. Halt, hier sind wir richtig. Aber du hast gegrummelt. So. Das setze ich mal wieder auf schnell. Speicheln, jetzt sind wir hier schon mal wieder raus. Er hat uns wirklich stark geholfen. Weil sie halt Wind als Schwachstelle hatte, konnten wir das wunderbar ausnutzen. Dass wir mit Dazzle als Amatos gekämpft haben. Was für den Cardinal? Nein, mehr. Ich verstehe. Du? Wir konnten den Emperor überzeugen, dass wir uns glaubt. Aber er wollte auch den Cardinal glauben. Zu dem Ende, er wollte eine Chance für uns beide zu haben. Der Cardinal ist nicht zu zeigen. Es gibt eine Chance, die Knights werden als Assassins labelen. Sorry. Why, there's no need for you to apologize. I'll take all the blame for it. Seree wasn't the one who killed the Cardinal. A professional assassin showed up. They whispered thusly, May these weary bones find peaceful rest. But that's the calling card the Scattered Bones Assassins Guild leaves at the scene of their... their doings. Is this true? It is, right? The hell's wrong with you? Just say it. Yeah. I see. I shall report to my superiors about the Assassins Guild. But to think, they could carry out an assassination right under the Shepard's nose. The Scattered Bones certainly exceed their reputation. Ah, I don't know. Oh yeah. I'm quite sure they'll be pleased to hear it. I couldn't save the Cardinal. I couldn't save anyone. It stopped raining. How about we take a walk around town? Stimmt. Jetzt scheint hier endlich die Sonne wieder. Wo sollen wir jetzt hin? Einfach einen kleinen Spaziergang unternehmen. Okay. Ohne Ziel? Bestimmt nicht. Okay. Hier gibt es garantiert irgendeinen Punkt, wo wir hin müssen. Na nun? Was ist hier los? Achtung! Der siebte Zug wird ab jetzt die Straßenpatrouillen unterstützen. Der achte und neunte Zug auch. Hört gut zu. Der lange Regen hat endlich nachgelassen. Die Leute werden versessen darauf sein, rauszugehen und etwas Sonne zu tanken. Seid aufmerksam und denkt an die Grundlagen zum Umgang mit Menschenmassen. Deeskalation. Verstanden? Panjako kann wieder aufwachen. Quasi. Ah. Zum Gasthaus müssen wir. Das dachte ich mir schon fast. Das sind die Leute, die du kannst, Sirei. Und du hast gesehen, die Schrein Church, richtig? Da ist unser touchy-feely Mikleo. Touch, Leo. Hey, hey! Gah! Mach es! Mach es! Wie lange wird dieser Funk von dir dauern? Rose. Nuh-uh. Keine Entschuldigung und keine Dankeschön. Du und ich beide einfach gemacht haben, was wir können. Wir lassen uns beide immer unser ganzes Bestes. Okay? Okay. Okay ist okay. Und auf diese Weise, wir gehen, ich bin beat. Wer auch immer das ist, wir werden es wahrscheinlich demnächst rausfinden. Mhm. Ich versuche, dass ich diese Kriege damit deine efforts nicht wurden in vain. Danke, Sergei. Jetzt, dann. Ich weiß nicht, aber ich schweig. Wir sehen uns, was der Ende ist. Ich bin froh, er ist gut. Er hat nichts zu schlafen. Ein viel passiert. Für Sarei. Ich denke, sein spiritus hat den Schlafen geholfen. Er wird gut. Ich glaube, das ist die letzte Mal, das so passiert. Das stimmt. Du kommst? Jo, jetzt müssen wir also ins Gasthaus, da können wir zumindest mal noch eben hingehen. Ja, man kann jetzt tatsächlich richtig durchatmen. Man merkt, dass es hier wieder besser ist als in der Stadt und die Stimmung wieder positiv ist. Sehr, sehr gut. Die Musik ist fröhlich. Ach ja, ach ja, schön. Jeden Tag eine gute Tat. Wir haben unsere tragische, aber gute Tat für heute erledigt. Wir konnten leider einen Menschen nicht retten, die Kardinalin. Wohl aber die ganze Stadt Pendrago konnten wir retten. Hier ist wieder das Leben zurückgekehrt. Wie es dann weitergeht, ob als nächstes wieder eine Prüfung ansteht oder was dann auf uns wartet, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!